Was wäre wenn? Eine Frage, die wir uns alle öfter stellen. Es ist ja immer schwer zu sagen, was bringt denn die Zukunft, gerade an den Börsen. Mit unserem neuen Analyse-Tool könnt ihr jetzt ganz einfach bestimmte Zukunftsszenarien durchspielen, damit ihr vorbereitet seid, wenn das Wenn kommt. Wie könnte euer Portfolio bei bestimmten Szenarien reagieren? Also zum Beispiel bei steigender Inflation im Euroraum oder bei einem Einbruch der weltweiten Aktienmärkte. Wie kann das im Detail aussehen? Beispiel, wenn die Inflation steigt, dann erhöhen ja die Notenbanken in der Regel die Zinsen. Dadurch steigen dann die Zinsen von Anleihen, aber das kann die Kurse an den Aktienmärkten drücken. Und wenn ihr jetzt nur Aktien im Portfolio habt, dann reagiert es unter Umständen empfindlich auf so eine Entwicklung. Im Analyse-Tool zeigen wir euch für den Fall eine Auswahl an ETFs, die ihr für diese Situation eurem Portfolio hinzufügen könntet. Das sind ETFs, die in der Vergangenheit in ähnlichen Szenarien einen positiven oder zumindest nicht negativen Einfluss auf Portfolioentwicklungen hatten. Das Beste dran, jede und jeder von euch kann das ausprobieren. Ganz egal, ob ihr den Free, den Prime oder den Prime Plus Broker nutzt. Das Beste dran, jede und jeder von euch kann das in der Vergangenheit 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 in der Vergangenheit. Vielen Dank.